hatte wenn es können natürlich ein test wenn es könnte sind immer 13 und so wie ich im start mit schirm wir spielen heute dafür heute wird es ein bisschen gruselig nur ein kleines bisschen ganz 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 ein bisschen und das ist eine demo version ist ok ich drücke und ein knopf die karte ja schon mal ein was das spiel so zu bieten hat ich bin gerettet ist das dritte die dritte der dritte das kleine dritte der dritten west drauf die mobil zu viert und achtung ist es ist es ist noch in entwicklung das ist es noch nicht das finale spiel wir starten in den selben lights of the vampire verdammt vielleicht hätte ich mal gucken sollen ob es eine deutsche version davon gibt As the clouds part before a pale moon, a young vampire awakens. Moonlight illuminates an overgrown plot. The new canvas, a reach of limitless potential, awaits as the days turn into night. What will this soon evolve into? A Gothic paradise is a cheerful wonderland. Okay, we can see if this Königreich will be able to play. A Königreich, the ehrlichen Hafen, a gruselings Gothic party and a beautiful, a wunderschönes Wunderland. Ach, weißt du was? Wenn man das dreht, sind natürlich ein Gothic paradise. Schwarz Katze, Vampir. So, ich gucke mal hier, ähm... Ich glaube zwar nicht, aber... Okay, es gibt, es gibt, es gibt hier gar keine... Es gibt... Okay, settings. Okay. Wir spielen... Sie oder ihn hier. Would you like to sleep? I should go outside first. Ah, ja. Oha. Ähm. Ein Zauberstab. Cast spell. Oha. Oha. Ich baue ein Tutorial. Oha. Ich baue ein Tutorial. Und schreibe die Decoration-Mode. Use C. To enter Decoration-Mode. Use F. To open your inventory. Und select the Decoration you want to place with Enter. Ähm... Der Taste. Gut, das war es mit dem Part. Bis zum nächsten, wenn ich am Anfang schon nicht mehr lesen kann. Ich glaube, wir sollten erstmal rausgehen. Dann gehen wir mal raus. Ich weiß schon mal, was uns dort draußen erwartet. Ein Werwolf, ein sehr kleiner Werwolf. Well, 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 if it's another nocturnal visitor to Moonlight Peaks, I am Duke Logan, the Major of these supernatural parts. You are Dracula's descendant, and two beds that will ruffle a few feathers in town. Anyway, it's a relief to finally see someone here. This farm was starting to resemble a proper cemetery. I've closed the town for a week. We are in the midst of some long overdue renovations. You can't have folks pooping where they shouldn't, especially not vampires. So for now, it's just you and your farm. See that mailbox over there? Don't let this thing get a group groups or so on. Our mailman gets grumpy about over floating mailboxes. You see? He's been complaining about some heavy traits coming your way. I am. Let's see. Oh yes, this white here is a chester. Whenever you have things to sell, like props or unused furniture, just toss them in there. Chesters are always hungry for a good deal. That's it for now. You can find me at the entrance. It's over there. I'll be standing over there like I've got nothing better to do. Anyway, I'll leave you to it. Good night. Aha. Hello dear. I hope you are settling into your new place in Moonlight Peaks. It's been so great without you. I miss you terribly. Your dad's driving me crazy. He's been going on and on about. You destroying his legacy. I think he's being a bit dramatic. By the way, did you get a chance to meet that toad merchant? He's been around for- He's been around forever. Maybe check near the river and see if he's still around. Have you started with your farming yet, sweetheart? They say every great corner starts with trusted shovel. I'm a small tiger. I'm sure you'll make it work. Love, ma'am. Thealen incapable for you to grab a garbage. Is this this thing here? Is this this the.. ... housing? Ja, das ist das Ding, was er gemäht hat. Chester. Die will aber noch nichts verkaufen. Noch nichts zu verkaufen. Die sind auf einer Stein. Das ist gut, mit dem Seppi. Mua. Hühnchen. Hühnchen, alles streichen. Fantastisch. Das beste Spiechen jetzt. Jetzt kann ich auch sammeln. Ich kann die Büsche auch sammeln. Manchmal, ah ne, die Blumen wieder. Okay, wo sind unsere Farben? Wie kommen wir denn? Nur Bench. Okay, das ist... Es ist einiges zu köften, aber da müssen wir erstmal Material sammeln. Ist ne Truhe. Geht's. Hier sollte man vielleicht schaufeln. alles ganz schön. Sie müssen auf! Deine necessarbeit, die Einigkeit hinzu." Was похörte dann Pode sich mit Ac prompt. Donkey. Was andere tap gonnaかな? Ja, es ist die Leiter besser. Was auch neколate Teils auch. Da лайb Porque kann diese einen Fall auch das wenn wir einfach mehrere Seaten herbern. Ich kann hier nicht grün noch was, ob ich die Eierwände händelte, ja. Ich kann es hier. Ecke Plans. Ich dachte, wir haben hier ein Feld, wo wir auch bauen können. Mit Seeds haben wir jetzt gut. Schau, ob Sie es. Oh, Hallöchen. Jabbis, Jabbis, der Magic Toad. Curious about our enchanting blossoms. Oh, okay, jetzt können wir hier Pflanz brauchen. Oh, okay. Oh. 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 ein Ei. Wir müssen jetzt mal Ressourcen sammeln. Oh no. Jetzt sind friedlich die Schädel. Oh ja. Ich guck noch mal was wir brauchen für bestimmte Saunen. Okay, kann ich mal was drin bauen. Gezäune. Oh ja. Stühle. Oha. Oha. Oh gut, dann sieht man sehr gut aus. Und so. Oha. Wo ist denn das, wo ist denn das Crafting-Jugger? Okay, hier sind das Zutaten, die ich habe. Ich habe das ausprobiert. Ach, okay. Ach, hier ist der Stuhl. Ich bin dumm. 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 So, irgendwo hierherstellen. Schmelzen. Dann werden wir irgendwo eine Schm seventh. Die nächste möglichkeit. dann fahren wir noch ein bisschen so gut ab so kann man einen Baum umstehen wo uns besser gefällt interessant ein bisschen holzfällen holzfällen das schnappenbau liegt ok dann fahren wir wohl dann nehme ich noch mit ja Ich kann ein bisschen flucken. Tja. Keine Ahnung wie man da irgendwo herstellen. Ich lasse noch zu Ende hier. Okay. was kraft in normal so sanders Okay, oha, es wird Tag. Ich glaube, ich verbrenne. Ich glaube, ich habe hier noch eine Tür geblieben, irgendwie. Jetzt ist es doch direkt von... ...the first night. Okay. Nehmen wir einen Brief. Was ist das hier? Was ist das hier? Hey, dear. Ich habe ein paar Sachen, die für deinen Garten sind. Wir haben keinen Raum für sie. Die Garten sind bereits in den Garten. Ich habe immer sehr liebte, dass die Garten sind. Die Garten sind für die Wunderschöne. Nachdem du sie hast, dann bitte sie auf die Dreihebung. P.S. Are you watering your plants? In case it slips your mind, you have included an automatic watering spell roof. In this letter, give it a try. Aquaflow. So. Und können wir irgendwie was wieder abreißen. Okay. So. So. Den Moment nur beim Bewegen. Das ist ein bisschen schlecht. Mach mal die mit hier rein. Jetzt hören wir das ganze Ding mal an. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, habe ich einen kleinen Zaun gemacht. Okay, können wir hier schon irgendwie was... Irgendwas andauern. Okay. Wir haben hier mal wieder zusammen. Das war's für heute. So fett ist fertig. Können wir ein paar Pfirsich anbrenzen. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pflanzen. So. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pflanzen. Wir müssen hier noch ein bisschen angepflanzen. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pflanzen. Künstliche Pío. Künstliche Pflanzen. das wichtigste ist dass die viel Protektor noch für uns hat Wir müssen auch die Start-Stream Mending die Farben für CS. Wir dürfen noch nicht weiter. Ok. jetzt haben wir nur geschüttelt ich ich habe es nicht so gut Oh no, dann fuhre mal. Ich bin gespannt. Dann geht's vorne. Oh no, die ist ganz nützlich bewusst. Die baut schon ab. Die ist schon, ich baue die Zeit. Wir müssen noch ein bisschen Iron Ore einschmelzen. Das war ich dann. Das war ich dann. Tja. Ein bisschen schweigsam. Ich farme hier. An der Ruhe. An der Ruhe. Das hat man vielleicht mal bestimmt stehen lassen, damit es für den Laut wächst. Und auch nicht. Wenn du vielleicht immer abgezuponest. Vielleicht wird es noch da. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Zusehen, dass wir ans Holz kommen. Die Samen. Ich glaube, das ist schon der Fall vielleicht. Das müssen wir jetzt nutzen. Wir haben mal ein bisschen was abgebaut. Das ist richtig Kraft. Richtig Kraft bekommt man noch nicht. Ah, jetzt können wir Kraften. Die Dinger. Die Dinger. Können wir jetzt auch hier irgendwo aufstehen. Das Inventar war aber auf F. 2. 5. 6. 12. 10. gut na dann ich will sagen danke fürs zuschauen und kurz Wie das hier aussieht, wenn ich Schiefer wundern lerne. Ah, das ist jetzt die Ende Version. Kommt am Tag rumlaufen. Auf demselben Punktstück. Auf demselben Sachen. Ja, das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Da sind ein paar Gina vielleicht. Das sind ja auch dieselben. Zumindest die Kiste ist dieselben. Ein bisschen blond statt schwarzhaarig. Die Gina sind auch dieselben. Das hätten wir um Tag oder Nacht. Und von nachts schlafen gehen müssen und von nachts schlafen gehen müssen. Ja, interessant. Na dann. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video von diesem Adventskalender. Oder bis zum nächsten Video heute schon auf diesem Kanal. Da habe ich nach oben besitzig gefallen haben. Abo da lassen. Blog aktivieren. Morgen wieder reingucken. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020